grüße und willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal diesmal werden wir jetzt nicht direkt ein spiel spielen präsentieren sondern ich antworte jetzt quasi auf eine challenge von sebastian von sebastian alternative realität zwar auf das hier ist eine nachricht an alle deutschsprachigen vr youtuber ich fordere euch heraus genau ich war so blöd bin darauf eingestiegen ich habe jetzt auch schon ein paar tage die strecke ausprobiert versucht und leider versagen mittlerweile meine arme ich habe schon pudding arme deswegen werde ich heute bei finales video meine finale zeit hochladen wobei ich schon weiß dass ich leider nicht der schnellste bin aber vielleicht komme ich ja noch ins gute mittelfeld und ich will auch nicht weiter labern und hier ist meine bestzeit die ich geschafft habe so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.